Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 16.11.2020 und wir erinnern uns an die letzte Woche, wir haben eine sehr saatreiche und grüne Woche hinter uns es fing an mit dem Montag, wir hatten uns ja am Sonntag hingestellt gehabt und hatten gesagt okay, der Wahlsieg ist erstmal vom Tisch, normalerweise reagiert der Markt auf sowas schon immer erleichtert, beziehungsweise macht dann in der Regel einen Trendtag, weil einfach ein Unsicherheitsfaktor den Markt verlässt, hatten in dem Sinne gesagt, dass er über 12.600 unser DAX dann durchaus Chancen nach oben hätte und unter 12.500 auch sich durchaus nach unten lang strecken kann, reingekommen sind wir dann mit dem kräftigen Aufwärtscap oberhalb, dann kam noch eine Impfstoffmeldung dazwischen und am Ende vom Tag haben wir uns im Tagesspitzenhoch bei 13.300 gefunden, hatten dann auf, wir können mal auch reingucken in den Chart, hatten dann auf Stundenebene gesagt, dass wir nochmal einen Rücklauf uns vorstellen könnten in dem Bereich um 12.900, von dort soll er dann wieder hoch an die 13.200, von dort bestimmt wieder runter an 12.960 und dann erstmal in die Mitte, sodass sich ein Dreieck bildet, um hier einfach noch ein bisschen Zeit sich zu erkaufen, wie man denn jetzt mit diesem Ding vom Montag umgeht. Wir hatten dann am Dienstag früh in der Nacht die 900 unten gesehen, 8.75 knapp waren wir gewesen, sind dann hochgelaufen in den Mittwoch 13.200, von dort wieder runter auf die 12.69 und von dort nun erstmal wieder hoch und haben damit einen Dreieck gebildet. Dreiecke sind eher Muster, die ich nicht so mag, insbesondere im DAX mag ich sie einfach nicht so, er verhält sich da mal so ein bisschen dusselig in der Auflösung, macht oben meist einen Fehlausbruch, macht unten meist einen Fehlausbruch, macht dann manchmal nochmal oben und nochmal unten einen Fehlausbruch, bis er wirklich so ein Dreieck löst. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist so ein bisschen, DAX mag die einfach nicht halt, ne, ich weiß nicht, was ihn daran stört, aber das ist jetzt erstmal so hinzunehmen. Wenn wir jetzt gucken, auch im Tagesshot, im Wochensthot, überall grüne Kerzen, also gerade gestern die Tageskerze zum Donnerstag, die war ja rot, wir hatten darüber gesprochen, weil es eben hier so ein Pullback war, hatten gesagt, naja, wenn zum Freitag jetzt eine grüne nochmal hinterherkommt und er eben nicht wieder hier unten reinfällt, sollte man da schon nochmal aufpassen, weil er sich natürlich jetzt auch leicht nach oben nochmal Schmackes rausholen kann und dieser Schmackes, der kann bis 13.500 hochreichen und da sollte man zum Montag jetzt schon ein bisschen feinfühlig agieren halt, ne, also zum einen haben wir deutlich abgenommene Volatilität, wir haben es aber auch letzte Woche gesehen, da war die ganze Wochenbewegung letztendlich im Montag schon absolviert worden, wenn man hier nicht, wenn ihr hier die Leute auf dem falschen Fuß erwischt, kann man das ähnlich machen. Habt schon bei uns im Chat jetzt die ersten gesehen, die sind sich recht sicher, dass der Markt unter 13.000 fallen wird direkt zum Montag, ähm, da muss ich sagen, das gibt die Chartlage jetzt nicht noch, also so noch nicht her, ne, also wir sind jetzt erstmal im Dreieck, das Wahrscheinlichste wäre, stand hier sogar jetzt erstmal nochmal ein bisschen seitwärts zwischen 13.200 und ich sag mal 13.40, 13.30, vielleicht sogar ein bisschen tiefer und dann erstmal wieder hoch, wir haben unten einen offenen Gap-Klus, wir haben oben einen offenen Gap-Klus, es riecht für mich schon danach, wie als bekommen wir dieses typische oben einmal raustreten, unten einmal raustreten, am Ende doch wieder zur Seite, ähm, das Risiko liegt aber für mich tatsächlich jetzt hier erstmal auf der Oberseite, also solange wir unten jetzt diese grüne Tageskerze nicht rausnehmen, für mich der DAX klar auf der Oberseite im Risiko Richtung 13.500, ne, das, die Chancen hat er jetzt und wie gesagt, wenn er den, wenn er den Moment abpasst, wo die Leute falsch erwischt, kann er sich da durchaus hochlegen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich jetzt hier zum Montag favorisieren würde, ich könnte mir nochmal einen Trendtag vorstellen, aber der muss, also der muss schnell kommen halt, ne, der muss, der muss aus dem Gap raus arbeiten und rüber gehen halt, sonst wird das nichts. Ich überlege bloß, wie ich Ihnen das einzeichne, weil Stand hier haben wir, können wir das nicht machen, also wir haben hier noch keine Grundlage und daher würde ich jetzt eher sagen, dass wir vielleicht sowas kriegen, in die Richtung oben ran, 2.50 vielleicht und dann schon wieder runter, vielleicht auch am Dienstag, aber das, das klingt mir zu, also es, ähm, mir gefällt es nicht, weil es zu bärisch klingt, also zu negativ klingt, wie als müsse der DAX runter, eigentlich hat er eher, eher die Chancen eben oben raus zu machen, aber das ist halt eine Seitwärtsrange und da ist das Problem wie im Trend, die laufen oft länger, als man das denkt und auch als man das will, ne, und das könnte ich mir gut vorstellen. Hier züge ich jetzt nochmal hochstechen, 2.50, 2.80, vielleicht in den Bereich mal reinladen, 2.60, vielleicht noch nicht mal ein neues Tief, ein neues Hoch, wobei das ist echt überfällig halt, ne, da oben die Stops rausnehmen, das wäre echt überfällig und dann halt einfach nochmal ein Stückchen zurückkleckern und das hier nochmal, nochmal ein paar Tage auf die Seitwärtsschiene zu strecken, das sehe ich ihm üblich, ähm, ähnlich, könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten, wenn er unten rausarbeitet, darf er gerne machen, aber Short-Tisch im Sinne von richtig, äh, Stress erwarten, äh, würde ich erst unter 2.69, also, unter 2.69, unter 2.49, ja, also deswegen würde ich jetzt hier auch hingehen und einen Short-Tricker ansetzen, ja, fällt der Markt hier runter, kann ich mir das gut vorstellen, dass der, dass der von dort ein bisschen Stress reinkriegt, na, und dass er dann Ziel 47 erstmal hätte, und das nehmen wir hier unten mal ein bisschen zurück, das wäre dann später relevant, wenn er uns nämlich hier unten nochmal draufsetzt auf die 12, was ist das, 600, kann er dann hier nochmal rein, das hier unten bleibt auch wichtiger Anlaufpunkt, ja, aber das ist wichtig, ne, also die 12.49 ist das Short-Tricker und eigentlich müsste man sagen, unter 12.49, also, so über 12.49 ist das, ist die Chartlage halt nicht negativ, ne, es ist die Wochenkerze grün, es ist die Tageskerze grün, der Markt hat sich zum Freitag trotz roter, pulsierender, also Impuls geben, Tageskerze nicht weiter nach unten durchsetzen können, ne, ist wieder zurückgekommen, ist wieder hochgekommen, das ist schon Stabilität, was er uns zeigen will. Und da, da wird es jetzt spannend, wie macht er das Wort, also deswegen würde ich vielleicht auch hier, ich würde den Long-Trigger echt ein bisschen höher ansetzen, ich, das ist ein schmaler Grad hier oben, das wird schwierig zu handeln, das wird schwierig zu greifen, weil das nicht einfach machen wird, da wird er rumfuchteln, ja, aber, ähm, ich glaube schon, wenn der hier drüber boxt, dass er ein bisschen weiterläuft, bestimmt an die 400 ran, bis 500, das ist Montag schon möglich, ja, bis 500 die Zone, deswegen würde ich vielleicht auch den da oben rausnehmen, das ist für mich jetzt kein Long, dort würde ich nicht mehr Long zukaufen dann, das ist für mich dann hier so eine, so eine Wendezone, ne, so zwischen 400 und, und 500 einfach, wo der Markt dann wieder wegdrehen kann, ne, in dem Moment, wo es denn hier oben, wo es denn oben drüber liegt, ne, weil das neue Hoch, das kann ich mir schon vorstellen, dass er da, dass er da dann erstmal losrennt, gerade wenn er es jetzt am Montag bringt, also am Dienstag würde ich ihn den Pfeil wieder wegmachen, aber zum Montag, glaube ich schon, wenn er sich oben raus streckt, dann streckt er sich oben raus halt, ne, dann puttern wieder alle dagegen, weil sie sagen, naja, das muss ja jetzt fallen, wegen Biden, wegen Trump, wegen Impfstoff, wegen, keine Ahnung, ja, dann hat er die Leute wieder genau da, wo er haben will. Gut, das, das ist mein Blick, brauchen wir, denke ich, nicht länger drüber reden, die Tagestadt haben wir auch gerade gesehen, ist eine grüne Tageskerze nun zum Donnerstag geworden, die nimmt der Donnerstagskerze natürlich jetzt, die Donnerstagskerze hätten nach unten impulsieren können, also, also einen Impuls geben können für eine, für einen Trendwechsel, für eine Umkehr, für Bewegung, aber die werden nicht fortgesetzt, deswegen müsste man dort tatsächlich warten, bis der Markt unterhalb dieser Donnerstagskerze weiter runterarbeitet, also unter der 1249 und das ist noch nicht, ja, sprich, ab dort Short aufbauen oder ausbauen oder wie auch immer und hier oben noch ein bisschen auf Seitwärts einstellen halt, ne, das kann auch ein bisschen dauern, ähm, dann kann er sich noch ein paar Tage Zeit nehmen und, ähm, wenn er uns aber kraftvoll zum Montag demonstriert, ja, dass er oben raus will und die das sehen, dass er wirklich oben raus will und dass er richtig Druck und konstant schiebt, dann geht er oben raus, dann braucht man sich da nicht hinstellen und nach zwei Stunden das wieder alles hinterfragen, dann geht er raus, also das ist wirklich ein Moment, wo man dann auch, äh, auf einen Zettel gucken sollte, den man sich vielleicht jetzt an den Müllschau klebt, ne, dass man sich das vor Augen hält, wenn der Markt da oben raustreibt, dann will er oben raus und dann schiebt er die Jobs da weg und dann holt er sich so viele Shorts auch untertäglich nochmal rein, dass er bestimmt auch den Tag dann da oben zu macht irgendwo halt, ne, ja, also da ein bisschen feinfühlig auf der Seite, für mich liegt das Risiko auf der Oberseite, ne, ich bin gerne bereit, unten denen auch weiter mitzugehen, aber dann muss er mir ein bisschen, muss mir zeigen, dass er unten raus will halt, ne, die 13 muss fallen und die 12,69 muss fallen und anfangen müsst er mal mit einem Unterbieten von, ich sag mal so 13,40 halt, ne, so, das wären für mich die wichtigen Punkte, machen sie was draus, gutes Gelingen, maximale Erfolge und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, ciao.